Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind weiterhin bei School Bus Fun und wir sind bei Folge 9. Ihr wisst, es gibt immer noch dieses Gewinnspiel mit dem Key, ja. Es gibt immer noch. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir sind bei Level 34. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, als ich hier Folge 8 ausgenommen habe, aber vielleicht sollten wir es dort mal reinkriegen. Ich hoffe es, wenn nicht, lacht über mich. Äh, komm, muss ich mal wieder wachgemacht. So, noch eine Schlafmütze. So, wir haben auf jeden Fall nur ein Auto. Komm, komm, noch wach. So, zack. Da kann ich wieder nachmachen. Ja, nehmen wir erstmal die Schnösel-Armee mit. So, dann können wir tanken. Dann werden wir gleich verbinden. Nehmen wir einen Model-Bonus mit. Ja, toll. Du hast Busfahrer Gold erspielt. Du hast die Busfahrer Gold Trophäe erhalten, weil du tausend Kinder zur Schule gebracht hast. Bin ich nicht verdammt geil? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin verdammt geil. So, jetzt gehen wir erstmal tanken. So, jetzt können wir jetzt die Mädels wieder mitnehmen. So, das ist jetzt alles noch ganz normal und ganz okay. Wo ist denn wieder hier der, naja, kommt, der verunfallte natürlich. So, jetzt komm mal da hin. So, jetzt kommen wir mal wieder Model-Hausen mit. So, zack, zack. Du bist jetzt dran. Ihr seid auch dran. So, die müssen wir sofort machen. So, zack, zack. So, passt doch. Ja, komm. Der verunfallte wieder. So, jetzt werden wir hier auch noch mit. Ich kann sowieso weiter pennen, die Mädels hat ihn nicht. Hoffe ich. So. Du bist doch ständig. Du hast doch so gepennt. Jawoll. Auch geschafft. Ja, ein bisschen wie ihr Knete. Dieses Mal jede Menge attraktive, aber auch verschlafene Mädchen. Ein Fest für jeden Casanova. Ich möchte mir jetzt gar nicht vorstellen, warum die alle verschlafen sein müssen beim Casanova. Das sind zwei Autos. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Dann kann man beide schon mal auftanken. Was sucht der denn dann wieder? Er sucht wieder... Dann kommt da mal ein Clown mit. Ah, und was sucht der denn? Ob ich das so erkennen würde, ist ja auch ganz schön. Ist da wieder der Glühbirnenmann oder was? Auch mit, zack, zack. So, was sucht denn der Kasper hier? So, das ist das, was echt am nervigsten ist. So, der muss sowieso einzeln fahren. Wo ist denn die Kacklampe? Da ist das alles, was alles ist, da... Ah, ich hab ihn. So, äh... So, da fährt so Luca mit. So... Ah, das kannst du mir gut erleben. So, ich muss ihn einmal wieder retten. So, dann gehen wir da hin. So, dann passen wir hier rein. So, dann passen wir hier rein. So, dann passen wir hier rein. So, das ist so... Äh, er sucht wieder so... ...dick in die Würfe. So, dann brauchen wir erstmal, dass die hier auftanken. Warum tanken die nicht? Hallo? Ja, das seh ich. Deswegen sollen die auch tanken. Haha. Das musst du mir jetzt nicht so erzählen. Ja. So, mal auf. So, dann gehen wir hier hin. Zack. 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 So, da ist der gelbe Würfel. So, ich brauche mal einen grünen Würfel. Wir machen erstmal das hier. So, blau ist ja grün. Guck, blau. Das ist sogar ein scheiß grünen Würfel. Das ist der letzte, ne? Mal sehen, ob er mehr stinkig wird. Ja. Äh. Also. Das war gekonnt. Das war knapp. Das war nicht gut. Was haben wir denn neues Spielzeug? Aufgekauft, gekauft. Klar kauft, ne. So. Level 39 Uko Upgrade. So. Was sieht's denn? Da kann ich mir wahrscheinlich mit 30.000. Pff. Das ist aber mal, äh, ein etwas größerer Traum, glaub ich. So. Was haben wir da? Heute Morgen, Mädchen, immerhin wird es wohl keine Brügeleien geben. Das ist hier die Mädchen-City. Hier noch ein Auto. So. Der Token-Profi, ich sehe das jetzt schon. Achter da eben auch schon drauf. So. Zack. Da soll mal zanken gehen. So. Jetzt können wir den Modellbonus. Ja. Hupf-Dohlen. Nimm einfach mit. Komm, schlaf jetzt gleich nicht. Wow. Gibt mir noch so'n blondes Etwas. Ja. Deswegen krieg ich das nicht. Egal. Nur damit. Auf den anderen Bonus. So. 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 Das ist aber auch weg. So. Und so. Zack. 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 auch das letzte haben wir auch wieder wüsste ja auch Na ja, auf jeden Fall schaffen wir den Level, also zwei Sterne kriegen wir wohl, einige so gut wie immer. Wir können trotzdem ein bisschen ein Problem brauchen. So, Level 37. Siehst du, um die Einnahmen zu steigern? Du kannst ein Level Android spielen, um deine Punktzahlen, deine Einnahmen zu steigern. War ja klar. So, wir haben wieder zwei Autos. Ja. Im Augenblick ist das noch sehr sortiert. Das ist ganz sortiert. Wir müssen weiter jetzt, ist das nachvollziehbar. So, wir müssen das sowieso machen. So, aufzeigen. Blau macht mal die Schnitzel der Teile. Was ist denn hier denn der Kuchenverletzte? Was ist denn denn? Da. Ah, ist schon klar. Ruhe. Was? Ja, ich geh da hin. Den kann ich nicht nehmen. Sie kann ich nicht nehmen. Ich geh jetzt erstmal rein. Da packen wir ihn mal eben. Ja. Die ist dann auch dahin. Ich lasse das auch. Der ist da. Der ist da. Was gibt es hier ab? Was ist denn hier los heute? Die haben die Fischer hier in München. So, erstmal fährt die Linie an. So. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. So. Bis dem. Der braucht seinen Globus. Naja. Das war jetzt mit der... Achso, er ist auch noch da. Das ist jetzt der Gelbe. Da ist die Gelbe. So. Und dann ab. Und die gehen aber nicht stiften. Klar. Gehen sonst die Glam. Ist okay. Ja, aber... Das ist ja gar nichts. So, was gibt es denn Neues? Das Uco-Offrate. Wir kaufen. Natürlich. So. Das heißt also nur noch der Turbolader. Naja gut, auf jeden Fall haben wir den Spritzverbrauch schon mal gesenkt. Da brauchen wir uns dann schon über sowas keine Gedanken machen. Ja, dann würde ich sagen, dann ist hier eine wunderbare Gelegenheit hier einen Cut zu setzen, bevor wir dann gleich wieder auf die Karte gehen. Dann, ja, in Folge 10 tatsächlich schon beim School Bus Fun. Ich bin euer Mr. Wendem 1974. Bleibt euch da dran. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss... Untertitelung. BR 2018